Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein XXXXL Aufgebraucht Video, wie ich finde. Ich habe sehr viel aufgebraucht. Ich habe einmal die volle Tüte hier und neben mir sind auch noch ein paar Sachen. Und ja, wenn ihr gespannt seid, was ich so aufgebraucht habe, dann bleibt sehr, sehr gerne dran. Viel Spaß! So, als erstes greife ich das, was neben mir steht. Und zwar habe ich vom Balea Augen Make-Up Entferner zu Ende gemacht. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und das kaufe ich mir immer wieder nach. Das entfernt sehr, sehr gut das Make-Up. Genau, das ist mit Aloe Vera und das ist ölfrei. Das mit dem Öl, das mag ich nicht so gerne und deshalb kaufe ich mir immer wieder das nach. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Das entfernt auch meine Wimperntusche und alles. Da ich auch keine wasserfeste Mascara benutze, reicht das auf jeden Fall aus. Als nächstes habe ich hier von Lenore Weichspüler dieses Hypoallergen und zwar Sensitiv. Und das hatte mir sehr, sehr lange ausgereicht. Für eineinhalb Monate, glaube ich, hat das ausgereicht. Und das roch auch sehr, sehr gut. Ich war damit sehr zufrieden. Die Wäsche roch auch danach sehr, sehr gut. Ja, das riecht sehr, sehr frisch. Das hat auch ein bisschen länger auf der Wäsche angehalten und ist jetzt aufgebraucht. Da habe ich auch keine bestimmten Weichspüler. Da benutze ich, worauf ich Lust habe. Da kaufe ich mir keine bestimmten nach. Dann einmal von Sanft und Sicher, Shea Love. Die Popotücher sind aufgebraucht und die sind sehr, sehr gut. Die riechen auch sehr gut. Genau, und davon hatten wir die gelben und die haben mir nicht so gut gefallen. Die sind auf jeden Fall sehr gut. Dann von Nivea, Sanfte Rasur, die drei Rasierer. Und ich kaufe mir meistens immer die hier, da die fünf Klingen haben und die anderen meistens drei oder so beim DM. Und das sind, glaube ich, die einzigen, die fünf Klingen haben. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, aber ich kaufe auf jeden Fall immer die nach. Da habe ich jetzt noch die letzte in der Dusche liegen und danach habe ich das von... Ich weiß gerade gar nicht, von Gillette oder so? Nee, nicht von Gillette. Und dann hatte ich auf jeden Fall zwei Rasierer von der Glossybox. Keine Ahnung, die muss ich auch mal testen und danach kaufe ich mir wieder die nach. Dann eben noch benutzt von Biore eine Maske. Das ist die schwarze Maske. Also schwarz, also die war grau, ne? So dunkelgrau. Und wenn man die aufträgt, wird das so ein bisschen warm. Und da habe ich die verwendet, weil ich momentan irgendwie zwei Pickel habe. Und dann dachte ich, benutze ich die mal, weil ich kannte die auch vorher gar nicht. Und die war jetzt in der Glossybox drin und ich fand die sehr gut. So, jetzt kommen wir jetzt zu der Tüte. Da habe ich eine Bodycreme von Sascha Inchi oder so verwendet. Und die rockt sehr, sehr gut nach Kokosöl. Und ja, von einem Sachet kann man ja nicht viel von der Pflege reden, aber ich fand die ganz gut. Dann einmal von Balea die Fußsockenmaske. Die hatte ich ja auch schon mal gezeigt gehabt beim letzten Video. Und die fand ich auch sehr, sehr gut. Die pflegen sehr gut. Die machen die Füße sehr, sehr weich. Und ja, gefällt mir. Dann habe ich hier von Elpos Reinigungspflege-Tücher. Das waren so Feuchttücher. Die hatte mal mein Freund beim Edeka gekauft gehabt, als die mit den Jungs unterwegs waren und grillen waren. Dann haben die sich das für die Hände zum Abwischen benutzt. Und den Rest hat er mit nach Hause gebracht. Dann aufgebraucht von Barbo. Das war in der Barbo-Box von der Glossybox. Äh, Hy-Öl. Das waren so zwei Flaschen. Und da war einmal dieses Phytoactive Hydro Base. Und einmal dieses Hy-Öl. Und das sollte man halt zusammen vermischen. Und dann konnte man sich da abschminken. Ich fand das sehr, sehr gut. Nur ein bisschen umständlich, dass man die zwei Sachen immer dann vermischen musste quasi. Aber bin zufrieden damit gewesen. So, dann einmal von Frosch Himbeer-Essig WC-Reiniger. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Den kaufe ich mir immer wieder nach. Hat ich ja schon mal gesagt gehabt. Dann von Balea Duschöl für sehr trockene Haut. Das benutze ich aber, um meine Schwämme zu reinigen. Oder mein, ähm, Peeling-Schwamm. Und das reinigt sehr, sehr gut. Und da kommt der Schmutz raus. So, dann einmal von Balea Q10 Anti-Falten-Augenpads. Da habe ich noch in der Tüte irgendwo mehr davon. Das habe ich auf jeden Fall verwendet. Ich fand es sehr, sehr gut. Die habe ich mir in den Kühlschrank reingelegt. Und dann unten unter den Augen drauf geklebt. Und das war sehr, sehr gut. Also, das hat echt sehr, sehr gut gekühlt. Und ich fand, dass die Schwellungen unter den Augen runtergegangen sind. Dann einmal von Signal White Now. Eine Zahnpasta. Die war ja auch in der Glossy-Box drin. Und die hatte eine sehr coole Farbe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Die war auf jeden Fall dunkelblau mit weiß. Mit viel Glitzer. Und die sah cool aus auf der Zahnbürste. Und sie hat sehr, sehr gut gereinigt. Ja, die hat uns sehr, sehr gut gefallen. So. Dann einmal von Nivea Fresh Natural. Ein Deo. Das habe ich auch momentan in der Anwendung. Genau dasselbe. Und das finde ich sehr, sehr gut. Immer von Nivea, die Deos. Dann ein Duschgel von Sainz. Duschgel. Einmal in der schwarzen Variante. Das hat ja mein Freund verwendet gehabt. Und ich fand, dass es gut riecht. Er sagte, es war okay. Er meinte, es hat auch gut gereinigt und alles. Aber das wäre nicht so gut gewesen. Und er ist eher dann bei Vallea oder Nivea oder was auch immer. Also der sagte, ich soll ihm das nicht nochmal kaufen. Aber wir haben noch eins da. Weil irgendwie beim letzten Mal habe ich irgendwie zwei Stück aus dem Weg bestellt. Dann einmal von Garnier, wahre Schätze. Ein beruhigendes Shampoo. Sieht einmal so aus. Und das war mit Hafermilch. Und das riecht, das roch sehr, sehr gut. Und das hat auch sehr, sehr gut gepflegt. Ich habe auch momentan die Haarmaske unter der Dusche, weil die nie zusammen bei mir leer gehen. Der Duft geht mir aber langsam so ein bisschen auf die Nerven, weil in der Haarmaske, das ist ja so ein Topf und da ist immer sehr, sehr viel drin. Ja, ich fand das sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, das Shampoo ist aufgebracht. Jetzt habe ich noch die Maske und der Duft geht mir ein bisschen auf die Nerven. Dann von WC Frisch. Ein Sparpack. Blütenfrische. Diese WC-Anhänger. Die sind sehr, sehr gut. Kaufe ich immer wieder nach. So, dann nehme ich mir einmal die Tasche hier einmal Wattestäbchen aufgebraucht. Von Evelyn sind das welche gewesen. Die sind gut. Dann von Bril Pro Natural. Ein Geschirrspülseife. Und die war sehr, sehr gut. Die rauch auch sehr, sehr gut. Die hat sehr gut gereinigt. Und ja, ist jetzt leer gegangen. Das hat auch sehr, sehr lange bei uns angehalten. Fand ich sehr gut. Dann einmal von Yessa die Tampons in Normal aufgebraucht. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Momentan habe ich die von OB, aber irgendwie finde ich die einen Tick besser als OB. Ich weiß nicht. Dann einmal Airwig Aroma Ölflakon. Einmal in der Duft Richtung Rose. Ein Duftspray, was dann in so einem Nebel hier rauskommt. Das ist momentan in Anwendung. Da ist auch nicht mehr viel drin. Dann einmal die Maske von Medifarma, die Junai. Das hatte ich ja mit euch in einem Test verwendet gehabt. Ich finde die so, so, so gut. Da war ja einmal so das Peeling mit dabei und dann die Maske, wie bei Neutrogena aufgetragen hat. In zwei Phasen. Einmal hier unten und dann einmal oben. Und ich fand sie sehr, sehr gut. Also die hat sehr viel Feuchtigkeit gegeben. Und ich denke mal, ich würde mir auch die anderen kaufen, weil es gibt ja noch zwei weitere davon. Dann müsste ich mir die mal auch nachgucken und auch noch besorgen. Aufgebraucht sind auch von Ebelin die Kosmetiktücher und das ist eine wunderschöne Box, wie ich finde. Das sind diese Recycle-Boxen und ja, die fand ich sehr gut. Ja, da ist auch gar kein Unterschied, ob man dieses Recycle-Papier nimmt oder das andere. Dann einmal nicht aufgebraucht noch in Anwendung Ebelin Cognac Schwamm. Und da ist mein alter Schwamm noch drin von Hello Body. Und ja, den habe ich halt aufgebraucht. Und der kommt weg. Und das hier ist, wie gesagt, eine Anwendung. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Aber irgendwie finde ich, dass der von Hello Body besser war als der von Ebelin jetzt. Weil der geht irgendwie nach ein paar Anwendungen, war das schon so ein bisschen, da waren schon so ein paar Risse drin. Wo ich mir dachte, äh, nee, nicht, dass der Schwamm jetzt auseinander fällt oder so. So, dann einmal von Rituals. Ritual of Sakura, ein Peeling. Und das Peeling fand ich so gut. Das roch nach Kirschblüten. Oh, das riecht so, so gut. Das hat auch die Haut so gut, ähm, gepielt und gepflegt. Danach war die Haut so weich einfach. Aber ich glaube, das kostet entsprechend. Ich weiß es nicht. Ich hatte mir das selber noch gar nicht gekauft gehabt. Ich hatte das zum Geburtstag bekommen. Und ich habe mich in die Reihe verliebt. Dann habe ich einmal von Balea Melone Creme Gel Maske aufgebraucht. Die sieht einmal so aus. Und die roch sehr gut nach Melone. Das stimmt schon. Aber, ähm, es hat auch, steht belebend, ja, war okay, aber kein Nachkaufprodukt. Also, es hat irgendwie gar nichts gebracht. So, als nächstes haben wir von Balea eine Waschlotion. Das ist einmal eine Seife, die ich immer in unseren Seifenspender nachfülle. Und die war sehr, sehr gut. Die hat auf jeden Fall die Hände nicht ausgetrocknet oder so. Und, ja, ne, was soll man noch zur Seife sagen? Dann von Denk mit feuchte Eiswecktücher mit Apfelblüte. Und die rochen so gut. Die haben mich, als ich das aufgemacht habe, das hat mich einfach nach den Didelblättern erinnert. Kennt ihr noch die Didelblätter, die man reiben konnte? Und da kam so ein Geruch raus. Und die haben mich voll danach erinnert. Wenn ihr mal die zu Hause habt, dann riecht mal dran. Und vielleicht erinnert das euch auch an Didelblätter. Aber das hat mich wirklich an Didelblätter irgendwie erinnert. Und die fand ich sehr, sehr gut. Die benutzen wir ab und zu mal, weil wir den Tisch kurz sauber machen wollen. Oder unsere Katze macht ab und zu mal Blödsinn. Und da benutzen wir gerne sowas. Aufgebraucht ist auch nochmal von Balea ein Rasiergel, Peach Love. Sieht da immer so aus. Ja, meistens beim Rasieren benutze ich Rasiergel. Das mag ich am meisten, wenn ich mal Schaum zu Hause habe. Also Schaum, Duschschaum benutze ich das auch zum Rasieren. Wie gesagt, ich mag keinen Duschschaum allgemein zum Duschen. Und dann verwende ich das immer zum Rasieren. Aber am meisten mag ich Rasiergel. Weil Rasiergel, finde ich, ist besser beim Rasieren als Rasierschaum. Und das roch auch sehr, sehr gut. Und jetzt ist das leer. Dann einmal nochmal die Pozehen, die Augenpads. Wie gesagt, ich fand die sehr gut. Dann habe ich hier, das gehört jetzt, hier zwar jetzt nicht zu, aber einmal einen Tee, den ich euch zeigen wollte, der sehr, sehr gut ist. Mango Zitrone von Teekanne. Ich fand den so lecker und wollte euch dann einmal zeigen, falls ihr mal Tee mögt, genauso wie ich, dass ihr euch das mal auch beim DM anschaut. Habe ich mir auch beim DM mal bestellt gehabt. Mir ist sehr, sehr lecker. Einmal von Disney eine Tuchmaske mit Mandelöl und Panthenol von Minimaus. Minimaus liebe ich sehr, sehr, sehr. Ja, die war sehr, sehr gut. Die hat auch der Haut ein bisschen Feuchtigkeit gegeben. Ich fand die ganz okay. Es gab auch noch eine andere Edition davon, eine schwarze. Die hatte ich schon vorher benutzt gehabt und die schwarze fand ich nicht so gut. Die war okay, aber auch jetzt nicht der Knaller. Also ich würde mir die jetzt nicht nochmal kaufen. Ich habe mir die jetzt extra wegen der Minimaus gekauft, sonst hätte ich mir die gar nicht mitgenommen. Dann einmal von Colgate Max Fresh eine Zahnpasta. Ja, die war ganz okay. Ja, nichts Besonderes jetzt. Aber ich mag das auch nicht. Wir haben so halt ein Teil für Zahnbürsten, wo wir die Zahnbürsten und die Zahnpasta zusammen in so einen Becher hinstellen. Und dann knickt das hier immer so. Dann fällt das immer so rein, so komisch. Und ja, kann man nicht ändern. Dann einmal von Vandini eine Body Lotion. Die war auch mal bei der Glossybox dabei. Die war sehr, sehr gut. Die riecht sehr gut. Die habe ich, glaube ich, auch in groß zu Hause. Bin mir gerade nicht sicher. Aber von Vandini die Sachen riechen sehr, sehr gut. Dann einmal von Isana diese Beauty-Kapseln. Wenn ich mal bei Rossmann bin, dann kaufe ich mir die immer wieder nach. Die sind mit Arganöl und Ingwerextrakt. Ich finde, dass die ein bisschen Farbe auf die Haut bringen. Und ich mache mir die drauf. Und ich finde, dass das Gesicht ein bisschen Farbe abbekommt. Und ja, die kaufe ich mir immer wieder nach, wenn ich beim Rossmann bin. Aufgebrauchtes Eimer von Palmolive. Eine Cremedusche. Die war auch mal in der Glossybox mit dabei. Und die roch nach Rose. Die roch sehr, sehr gut. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ja. Dann aufgebraucht ist von Barbo die Mascara. Und ich fand sie sehr, sehr gut. Die hat wunderschöne Wimpern gemacht. Keine Frage. Das Bürstchen einmal. Am Ende kam jetzt sehr, sehr viel Produkt raus. Und das hat dann gekrümelt. Deshalb ist die für mich jetzt aufgebraucht. Und die hat sehr, sehr gute Wimpern gemacht. Keine Frage. Ich habe die auch bis zum Ende aufgebraucht. Aber manchen Tagen, ich weiß nicht, ob es an der Mascara lag. Oder ob allgemein ich Allergie hatte. Meine Augen getränt haben. Und wenn ich mich abgeschminkt habe, dass meine Augen so gejuckt haben. Und ich weiß nicht, ob es an der Mascara lag. Oder allgemein, dass ich halt dann Allergie hatte. Das weiß man dann nicht. Aufgebraucht ist von Hello Body, Sarah's Choice. Einmal das Reinigungsöl. Und das ist... Da sind sehr viele Haare dran. Tut mir leid. Aber... Ja, aufgebraucht ist das Öl. Und das war sehr, sehr gut. Das roch nach Kokosöl und Mandelöl. Ich fand das sehr, sehr gut. Das hat sehr, sehr gut abgeschminkt. Ich kam zuerst damit nicht klar. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Im Hello Body Video kam erst mal damit nicht sehr, sehr gut... Kam erst mal damit nicht klar. Weil ich mir das auf ein Wattepad gemacht hatte. Und dann auf die Augen. Und dann konnte ich mich nicht sehr gut damit abschminken. Ich weiß nicht. Ich kam damit nicht klar. Und als ich das dann auf meinen Peeling-Schwamm gegeben habe, fand ich das sehr, sehr gut. Dass es sehr, sehr gut abgeschminkt hat. Und dass es auch in den Augen, wenn es in die Augen gekommen ist, dass es dieses ölige Gefühl nicht hatte. Kennt ihr das? Wenn ihr euch mit Öl abschminkt, dann kommt das in die Augen. Dann seht ihr nichts und so. Bei dem fand ich, dass es nicht so war. Vielleicht ein klein wenig. Aber, ne, ich habe gerade momentan eins von Lovely und das finde ich so schlecht. Also, ja, ich weiß es nicht. Das, wie gesagt, das kommt immer, wenn das in meine Augen kommt, dann ist das, dann sehe ich erst mal völlig gar nicht. Ich muss erst mal meine Augen auswaschen. Und bei dem war das halt nicht so. Und wenn ich dieses Lovely aufgebraucht habe, werde ich mir das auch nicht nochmal holen. Aber das fand ich sehr, sehr gut. Dann einmal hier das Rosenwasser aus, das ist auch sehr, sehr gut, aus einem türkischen Laden. Es sah einmal so aus. Das war ja dieses Fake zu Rosenz-Rosenwasser. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Und das Rosenzwasser habe ich auch jetzt da. Dann einmal von meinem Freund Seins Duschgel. Das einmal in einer Mini-Version in weiß. Das hatte ich mal bei einem Fliegel-Bestellung gratis mit dabei gehabt. Und das fand er ganz okay. Aufgebraucht sind nochmal die Popo-Tücher von Sanft und Sicher, Shea Love. Dann einmal ein Feel-Ready-Zwei-Phasen-Spray. Das ist einmal auch in der Glossy-Box gewesen. Und das ist ja wie Glascur, dass man sich in die Haare nach dem Duschen reinsprüht, dass man die besser kämen kann. Und das raucht so gut, das raucht wie nach dem Friseurbesuch. Also fand ich zumindest. Und ich fand das einen Tick besser als Glascur, muss ich gestehen. Ich fand das schon ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht weil ich so lange schon Glascur verwende, dass wenn ich was anderes verwende, dass ich da irgendwie eine andere Wirkung habe. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auf jeden Fall das ja schon mal rausgesucht gehabt. Bei Amazon gibt es das. Und ich glaube für 12 Euro oder so in groß. Und ja, eine Überlegung ist es wert. Einmal Glascur und wenn das leer ist, dann das zu verwenden. Mal sehen. Aufgebraucht einmal Kaffee-Body-Scrab. Und die Packung sieht ein bisschen eklig aus. Äh, ja. Das hatte ich mir mal beim Amazon gekauft gehabt. Und das war so ein Kaffee-Scrab. Und das habe ich letztes Jahr gekauft. Und dachte, jetzt muss ich das mal zu Ende machen. Das ist von der Firma Lumuno oder so. Und dann dachte ich, ich muss das mal zu Ende machen. Das hat gepflegt, ja. Das hat er auch die Haut sehr, sehr weich gemacht. Aber, wenn man das sich drauf gemacht hat, danach konnte, ähm, also ist die Farbe auf der Haut geblieben. Also man hat das zwar nicht so krass gesehen, aber die Haut war trotzdem noch braun gewesen. Und man musste das mit der Seife nochmal wegscheuern quasi. Also ich musste dann mal den Schwamm dazu nehmen und die Farbe nochmal zu weg bekommen. Also die Haut war danach nochmal schwarz gewesen. Und das ist nicht einfach, ihr habt das drauf gemacht und konntet das abwaschen. Das war nicht so. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kaffee-Peelings so ist. Ähm. Ist kein Nachkaufprodukt von mir. Aufgebraucht haben wir von Dr. Best die Zahnbürsten. Überall die Haare von mir. Tut mir leid. Ja, die kaufen wir meistens nach von Dr. Best, weil mein Freund findet die von Dr. Best gut. Und hier. Das war's jetzt mit meinem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ihr seid bis jetzt noch mit mir hier geblieben bei dem Video. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich sehr gerne. Schaltet die Glocke ein, damit ihr nichts mehr verpasst. Und viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Schaltet die Glocke ein, damit ihr seid.